In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr mit A objektorientiert programmieren könnt, anhand der Klasse A6. Zuerst zu den Grundlagen. Der Unterschied zwischen POP und OOP. POP steht für Prozedural Oriented Programming, also prozessorientiertes Programmieren. Es löst ein Problem mit Hilfe von Funktionen Schritt für Schritt. Das ganze Problem wird in Unterprobleme aufgebrochen. Das im Gegensatz zu objektorientiertem Programmieren, kurz OOP, welches Objekte verwendet, welche Datenspeichern und Methoden haben. A kann grundsätzlich beides und mischt auch beide Ansätze. Die Hauptprinzipien von POP. Erstens ist das Programmieren das Definieren von Funktionen. Eine Funktion hängt von ihren Argumenten ab und gibt einen einzigartigen Wert zurück für jedes gültige Set von Argumenten. Und eine Funktion hat keine Seiteneffekte. Das heisst, wenn wir eine Funktion ausführen, dann geben wir einen Input. Wenn wir wieder den gleichen Input geben, sollten wir auch wieder den gleichen Output geben. Es sollte nicht noch irgendeine andere Variable, zum Beispiel eine Funktion, die irgendeine globale Variable oder so updatet, die verletzt die Grundprinzipien von POP. Die Hauptprinzipien von OOP, von objektorientiertem Programmieren, sind alles, mit dem wir arbeiten, ist ein Objekt. Klassen definieren Typen von Objekten, welche zumindest zu einer Klasse gehören. Eine Klasse kann von einer einfachen Superklasse erben, sodass ein Objekt dieser Klasse auch ein Objekt der Superklasse ist. Zum Beispiel, wenn wir irgendeine Klasse Tier haben und dann eine Klasse Haustier. Ein Haustier ist auch ein Tier, hat aber vielleicht noch einen Namen, was ein Tier nicht hat. Dann können wir Methoden definieren, die zu einer Klasse gehören. Die Hauptprinzipien von OOP sind, alles, was existiert, ist ein Objekt. Deshalb ist auch, wenn wir eine Funktion definieren, sehen wir die hier oben als Objekt. Und alles, was passiert, ist ein Funktionsaufruf. Siehen wir, wenn etwas passiert, läuft das über eine Funktion. Nun, was ist eine Klasse? Eine Klasse kann man sich vorstellen, ist eigentlich wie ein Rezept. Sie definiert, wie ein Objekt aussehen soll. Eine Klasse mit Methoden und Eigenschaften zu definieren, ermöglicht es dann, Instanzen als Objekte dieser Klasse zu erstellen. Eine Klasse definiert, welche Eigenschaften und Methoden ein Objekt hat. Zum Beispiel, dass ein Haustier einen Namen hat und ein Tier eine Geburtsdatum. Lass uns das Ganze mal an einem simplen Einleitungsbeispiel anschauen. Wir stellen eine Klasse Person. Die soll die Eigenschaften Geburtstag, Geschlecht und Namen haben. Das Ganze jetzt auf Englisch, man Englisch programmieren sollte. Dann Methoden, getAge, also Salter auslesen, getSex, das Geschlecht ausgeben lassen, getName und setName. Falls die Person den Namen ändern will. Nun können wir uns ein Objekt dieser Klasse vorstellen. Sandra ist eine weibliche Person, geboren am 5. November 2010 mit dem Namen Sandra. Nun, wie können wir die Klasse nun implementieren in A? Das können wir mit A6 machen. A6 ist eine Variante. Es gibt S3, S4, R5 und R6. Bei R5 wird in der Regel Reference Classes genannt. A6 ist das, was am meisten kann. Es kann auch komplexere Sachen lösen, was die anderen nicht können. Um so eine Klasse zu definieren, müssen wir zuerst das Paket A6 laden. Jedenfalls noch installieren. Und dann erstellen wir eine sogenannte PersonFactory. Wie wir das nennen, ist egal. Mit dem Objekt können wir dann später Instanzen erstellen. Dann verwenden wir die Funktion RSXClass, um die Klasse zu definieren. Als ersten Parameter, respektives erstes Argument, geben wir, wie die Klasse heissen soll. Wir wollen die Person nennen. Der Typ der Klasse ist Person. Das heisst, wenn es später ein Objekt gibt, der die Klasse ausgeben lässt, erscheint TopPerson. Dann können wir Public und Private definieren. Private sind Eigenschaften oder Funktionen, die nicht von ausserhalb zugreifbar sind. Das heisst, die sind quasi versteckt drin. Die können wir nur über öffentliche Sachen darauf zugreifen. In der Regel wollen wir die Eigenschaften privat halten, damit man sie nicht direkt ändern kann. Sondern nur, wenn wir das zulassen, über einen sogenannten Setter. Was ein Setter ist, dazu kommen wir später noch. Können wir ein Name. Häufig macht man das noch zwei Punkte davor, um sie klar abzugrenzen von anderen, die nicht Teil der Klasse sind. Dann haben wir ein Name, Birthday und Sex. Das ist Null. Das Ganze innerhalb von einer Liste. Private ist eine Liste, ein Public ist auch eine Liste und dann auch noch Active. Was Active ist, kommen wir später dazu. Public, alles was unter Public ist, ist öffentlich. Das heisst, da können wir von aussen darauf zugreifen. Meinten haben wir Initialize. Das ist die Funktion, die ausgeführt wird, wenn das Objekt kreiert wird. Nachher mit New. Wie man eine Instanz kreiert. Dazu kommen wir dann, nachdem wir uns die Klasse angeschaut haben, noch dazu. Die soll Name, Sex und Birthday soll man beim Erstellen übermitteln müssen. Dann checken wir, ob eine davon leer ist. Das ist entweder Name, Sex oder Birthday. Missing Name or Missing Sex or Missing Birthday. Dann wollen wir eine Fehlermeldung ausgeben mit Name, Sex or Birthday not specified. Dann als nächstes checken wir, ob Name ein Charakter ist, Sex ein Charakter und Birthday ein Datum. Früher konnte man das mit Assertive is machen, da gab es ein Package dafür. Das Package ist jedoch momentan nicht mehr auf Crane verfügbar seit letztem Herbst. Wahrscheinlich wurde es nicht mehr geupdatet und dann hat es irgendwann nicht mehr funktioniert mit neuen Updates. Dann wurde es vom Netz genommen. Deshalb müssen wir es direkt machen mit Stop if not is character name. Stop if not is character sex. Und Stop if not lubricate is date birthday. Das können wir nur, Spacer hat kein East date, nur S date. Deshalb müssen wir Lubridate verwenden, was ein Paket ist, um mit Daten zu arbeiten. Also mit Dates. So Monaten, Jahren und so weiter. Dann nachdem wir das überprüft haben, speichern wir sie unter den privaten Objekten ab. Dazu schreiben wir Private, Dollarzeichen. Dann jeweils die Eigenschaft, die wir hier definiert haben. Das ist die Variable. Und dann die Variable von hier. Das machen wir für alle drei. Und dann sind nachher die gesetzt, nachdem das Objekt kreiert wurde. Nun, Getter und Setter könnten wir theoretisch auch hier unter Public machen. Ein Getter ist ein Befehl, um eine dieser Variablen auszulesen. Ein Setter ist es, um es zu setzen. Jetzt, warum wollen wir die Privathaltung nicht öffentlich? Ganz einfaches Beispiel. Stellen wir uns einen Backofen vor und die Temperatur dazu. Jetzt können wir die Temperatur, wollen wir vielleicht, dass der Backofen auf maximal 250 Grad eingestellt werden kann. Stellen wir uns vor, es wäre öffentlich. Dann könnte irgendjemand kommen und sagen, der Backofen soll 500 Grad heiß werden. Dann geht entweder der Backofen kaputt oder das Haus brennt hinab, weil der Backofen Feuer gefangen hat. Das heisst, wir wollen sicherstellen, dass die Temperatur nicht höher als 250 Grad eingestellt werden kann. Nun können wir das unter Privat machen. Das kann jetzt mal nicht geändert werden. Und dann einen sogenannten Setter setzen, wo wir über eine Funktion das ändern können. Dort können wir checken, ob der Input, falls der grösser ist als 250 Grad, dann wird es einfach auf 250 Grad gesetzt. Das ist genau der Clou an objektorientiertem Programmieren, dass man so mehr Sicherheit reinbringen kann und nicht alle Befehle. Oder auch bei einem Spiel, das nicht beschissen werden kann oder so, das man nicht cheaten kann, kann man so übersetzen und dann genau definieren, was erlaubt ist und was nicht. Jetzt die Setter, wie schon gesagt, können wir als Funktion hier schreiben, indem wir hier ein Kummer machen und dann die nächste Funktion definieren. Wir können sie auch unter Active definieren. Der Unterschied zwischen Public und Active ist, dass Active sind sogenannte Felder. Felder können ohne die Klammer definiert werden, wie quasi wenn wir bei einem DataFrame auf eine Spalte zugreifen. Sehen wir dann später noch. Jetzt haben wir hier Name gleich Function Value. Das definieren wir als Getter und Setter. Falls das Value nicht gesetzt wurde, so missing ist, dann soll es einfach den Namen ausgeben. Sonst checken, ob es ein Charakter ist, nicht zum Beispiel eine Zahl. Können wir natürlich auch irgendeine Liste machen, wo wir alle erlaubten Namen drin hätten oder so. Können viel mehr überprüfen. Jetzt einfach checken wir mal, ob es ein Charakter ist. Wenn es ein Charakter ist, dann wird der private Name mit dem Wert überschrieben. Dann Age ist ja nicht das Geburtsdatum, sondern das Alter. Hier haben wir auch gar kein Value, weil es nur ein Getter ist. Und das gleiche auch noch mit Geschlecht. Hier geben wir einfach das Geschlecht zurück. Können es aber nicht ändern. Jetzt in der Klasse. Natürlich könnten wir das auch definieren. Im nächsten Schritt erstellen wir nun die Person Sandra. Das machen wir mit Person Factory. Das ist das Objekt, das wir hier oben erstellt haben. Dollar. New. Dann Sandra. Das ist der Name. Female, das Geschlecht. Und Estate, das Datum. Natürlich noch einlesen, die Person Factory. So. Jetzt kann ich zum Beispiel schauen, wie alt ist Sandra. Sandra ist 13. Ist weiblich. Und heisst Sandra. Jetzt, weil der Name ja auch ein Setter ist, können wir es umbenennen. Sandra will jetzt Sandro genannt werden. Haben wir Sandro. Jetzt will sie gerne auch das Geschlecht ändern. Geht leider nicht, weil das unsere Funktion nicht erlaubt. Hätten wir natürlich hier implementieren können. Analog zu hier. Das gleiche. Das haben wir nicht gemacht. Und Alter können wir auch nicht umschreiben. Können auch das Geburtsdatum nicht ausgeben lassen. Kommt einfach mal zurück. Weil das privat ist. Wenn wir nun Klass von Sandra ausgeben, dann sehen wir, ist ein A6-Objekt von der Klasse Person. Nun, als nächstes schauen wir uns die Vererbung an. So, dass eine Klasse kann von einer anderen Klasse erben. Jeder dieser Subklasse ist auch ein Objekt der Superklasse. Dann nennen wir die Klasse Politiker, Politikerin. Die App von Person hat zusätzlich die Eigenschaften Party und Anzahlstimmen, VoteCount. Und die Methode Vote. Dann haben wir wieder eine Factory. Jetzt mal nennen wir sie Politian Factory. Die A6-Klasse. Die Klasse soll Politian heissen. It's Inherit von Person Factory. Dann Public sieht sie da relativ ähnlich aus. Wobei wir hier Name, Sex und Birthday definieren wir über die Superklasse. Das schreiben wir, indem wir Super, Dollar Initialize. Name, Sex, Birthday. Und dann StopIfNot, IsCharacter, Party. Die müssen wir nicht überprüfen, weil die bereits hier überprüft werden. Die oberen Funktion, die wir uns früher angeschaut haben. Dann PrivateDollarParty gleich Party. Dann hier jetzt noch zusätzlich eine Methode Vote. Funktion SuperDollarH kleiner als 18. Also wenn jemand abstimmen will, der noch nicht 18 ist, dann kommt, du musst 18 sein, um abstimmen zu dürfen. Das kann nicht abstimmen. Und dann wird einfach geschaut, ob ja oder nein stimmt durch einen Zufallswert. Dann wird PrivateDollar.voteCount gleich PrivateDollar.voteCount plus 1, das um 1 erhöht. Und dann wird noch die SharedTotalVotes um 1 erhöht. Dazu kommen wir nachher gleich, wie man sowas erstellt. Das wird über alle Instanzen hinweg geteilt. Das heisst, wenn wir es hier 1 erhöhen und mehrere Objekte haben, dann ist es auch beim nächsten Objekt 1 höher. Was hier nur vom einzelnen Objekt ist. Dann Private, wie gesagt, die Reihenfolge spielt keine Rolle, ob man zuerst Public und dann Private oder zuerst Public und dann Private. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Hier PartyNull.voteCount ist 0. Dann Shared. Dann mit geschweiften Klammern. Dann hier eine neue Umgebung, ein neues Environment. New.env. Dann können wir hier eine Variable hinzufügen. Die Initial setzen auf 0. Dann die rausgeben, damit die in Shared gespeichert ist. Das heisst, das Shared-Objekt hat nun ein Environment. Das hier ist E. Dann $Votes ist hier. So können wir darauf zugreifen. Dann haben wir noch Active. Zusätzlich haben wir Age, die wir umschreiben. Da wird geschaut, wenn Super $H kleiner ist als 18. Dann kommt noch die Meldung, dass man zu jung ist zum Abstimmen. Und dann wird Super $H ausgegeben. Hier erweitern wir die Funktion der Super-Klasse, der Personen-Klasse. Dann Party. Function Value, Missing Value. Eigentlich genau gleich, wie wir das beim Namen gemacht haben. Einfach mit der Partei. Dann noch Vote Count. Dass wir die ausgeben lassen können. Einfach ein Getter. Und das gleiche auch mit Total Vote. Als nächstes erstellen wir wieder ein Objekt. Dominik de Buhmann. Der war mal vor ein paar Jahren Präsident des Nationalrats. Jetzt werde ich wieder einlesen. Sein Alter ist jetzt 67. Partei CVP. Name Dominik de Buhmann. Kann die Partei wechseln, wenn er will. Jetzt plötzlich zur SVP will. Vote Count ist 0. Jetzt stimmt er ab. Jetzt sehen wir, jetzt mal eingestimmt. Dann Vote Count ist 1. Total Vote ist auch 1. Dann als nächstes kreieren wir eine weitere Instanz. Die nennen wir mal Daina Muster. Frau, die am 24. Also an Weihnachten 1970 auf die Welt gekommen ist. Am Heiligabend. Und von der Party MMP. Was auch immer. Wieder Vote Count ist 0. Vote ist ja gestimmt. Vote Count ist 1. Und Total Vote ist jetzt 2. Weil zweimal gestimmt wurde. Einmal hat Dominik de Buhmann gestimmt. Und einmal hat Laina Muster. Machen wir noch Hansli. Ein junger aus der Juso. Der ist 16. Jetzt kommt auch, du bist zu jung zum Abstimmen. Wenn er abstimmen will, kommt eine Fehlermeldung. Dann muss der 18 sein, um abstimmen zu dürfen. Natürlich, wenn er jetzt im Kanton Glarus wohnen würde, dürfte er mitbestimmen. Die haben ja Stimmrechtsalter 16. Sonst jetzt nicht. Können wir auch einen Vektor machen mit Objekten. Hier haben wir Sandra. Die ist eine Person. Dann Buhmann und Hansli. Wir erinnern uns. Sandra war 13. Hansli 16. Jetzt können wir das Alter ausgeben lassen. Für Person in Persons. Print Person Age. Jetzt sehen wir, bei Hansli kommt du bist zu jung zum Abstimmen. Bei Sandra jedoch nicht. Weil bei Sandra wurde nicht die Age aus Politiker genommen, sondern die aus Person. Weil Sandra nur eine Person ist, aber keine Politikerin. Während Buhmann und Hansli sich als Politiker von der Klasse Politiker sehen. Wenn wir das anschauen, Klasse Sandra sehen wir, ist Person R6. Während Hansli ist Politikerin, Person und R6. Jetzt noch etwas Zusätzliches. Es gibt neben Initialize noch Finalize. Finalize ist eine Funktion, die aufgerufen wird, bevor das Objekt zerstört wird. Es macht zum Beispiel Sinn, wenn man noch eine Datenbankverbindung schliessen will, bevor das Objekt entfernt wird. Oder zum Beispiel einen Stop Cluster. Irgendwie, wenn man was parallel gerechnet wird, die Clusters wieder freigeben. Solche Sachen kann man dann in Finalize schreiben. Nur noch ein reales Beispiel, was auch mehr Sinn macht. Das ist jetzt irgendwelche Politiker und Personen. Und zwar eine Klasse Diagram, um ein Modell zu zeichnen für eine Arbeit. Hier haben wir privat die Objekte Graph, Node, Edge und Sub Graph. Dann haben wir die Public-Liste, haben wir zu meinen Initialize, wo man festlegen kann, die Richtung des Graphs, ob es von links nach rechts oder top, bottom sein soll. Das wird dann das Graph definiert. Es ist ein Befehl von CoRvis aus Diagramm R. Dann Plot zeichnet den Code. Jetzt, da es nicht privat ist, Get-Code, das ist hier unten die Liste. Schauen wir nachher gleich an. Schreiben wir Self-Dot. Das wäre auch so bei Active und bei Public, schreiben wir Self-Dot. Bei Private, Private-Dollar, Get-Code. Dann Add-Node. Brauchen wir eine Idee und ein Label. Und dann können wir noch, Default ist es ein Rechteck. Dann wird zum Node, wird entsprechendes Rechteck hinzugefügt, respektive ein Lehrer-Punkt. Das ist, wenn wir ein leeres Objekt erstellen wollen, um Linien verbinden zu können. Zum Beispiel für eine Interaktion. Wichtig, eine Interaktion modellieren zu können. Und dann wird noch das entsprechende Idee mit dem Label hinzugefügt. Syntax, dann können wir Add-Edge, das ist die Verbindungslinie hinzufügen. Hier haben wir die beiden Ids, die verbunden werden sollen. Und dann noch, ob es ein Pfeil von Id1 nach Id2 geben soll, oder nur eine Linie. Die standardmässig soll es ein Pfeil haben. Wir wollen aber die Möglichkeit haben, den abstellen zu können. Dann wird Edge ist Edge plus Id, Pfeil Id. If Else, Not Arrow. Dann Arrow, Head gleich None. Und sonst einfach leer. Das noch hinzugefügt, falls es kein Pfeil haben soll. Dann, dass wir noch 7 Level hinzufügen können. 2 auf der gleichen Achse, ist zum Beispiel Interaktionsplot relevant. Das Rank sehen wir nachher die Ids, die mit Semikolumn verbunden wird. Die was am Ende immer noch ein Leerschlag. Dann wird die Graph, wird zuerst private, also der Graph, Codeanget ausgegeben, dann der Node-Graph, dann die Edges und am Schluss noch ein allfälliger Sub-Graph, wenn das nicht leer ist. Nun können wir die Klasse anwenden. Zuerst stellen wir ein einfaches Modell. Das macht ein Diagramm Factory Dola New. Soll von links nach rechts gehen, also nehmen wir den Standard. AddNode UV1 soll Alter sein. Die unabhängige Variable 2 soll Geschlecht sein. Die abhängige Variable soll die Links-Rechts-Position sein. Soll ein Pfeil von UV1 nach AV geben und von UV2 nach AV. Dann können wir das Ganze darstellen. Wir haben ein Modell von Alter nach Links-Rechts-Position und Geschlecht nach Links-Rechts-Position. Dann das Modell 2. Zweites Beispiel. Da haben wir eine UV, ein Mediator, eine Abhängige Variable, dann ein Pfeil von der UV zum Mediator, vom Mediator zu AV und von der UV zu AV. Und wir haben ein Mediationsmodell gezeichnet. Dann noch ein Beispiel für eine Interaktion. Die Diagramm Factory New wieder. Eine UV, ein Moderator, eine Abhängige Variable, dann ein Verbindungselement, kurz für Connection. Das soll leer sein. Dann hätten wir gerne eine Linie von UV zur Connection. Da soll aber kein Pfeil dargestellt werden. Der Pfeil soll dann erst von der Connection zur AV gehen. Dann ein Pfeil vom Moderator zur Connection. Dann von der Connection zur AV. Und dann soll der Moderator auf der gleichen Linie sein, wie die Connection, damit es von oben nach unten kommt. Dann können wir das darstellen. Und so ist das hier und das hier, die zwei. Hier haben wir ein Objekt, das ist das Objekt Con, das Leere. Deshalb haben wir hier Leer und False, damit es hier keine Rechte gibt. Und Moderator. Dann noch ein viertes Beispiel. Hier haben wir eine von oben nach unten, also Top, Bottom rankt er. Dann S1 bis S4, Schritt 1, 2, 3 und 4. Soll von Schritt 1 nach Schritt 2 1 geben, von Schritt 2 nach Schritt 3 und von Schritt 3 nach Schritt 4. Jetzt haben wir ein einfaches Modell, das von oben nach unten zeichnet. Ich hoffe, du verstehst nun, wie man objektorientiert programmieren in Aar kann. Falls das Video nützlich für dich war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du über zukünftige Videos von mir durch YouTube informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. YouTube informiert dich dann, wenn ich ein neues Video hochlade. Und falls du Fragen hast, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben.